Musik Sobald der Gast unser Haus betritt, ist es mir wichtig, dass er sich wohlfühlt. Mir ein Bestreben ist es, auf jeden einzelnen Gast einzugehen, auf seine Wünsche, dass er eine schöne Zeit in Bad Kissingen verlebt. Musik Wenn der Gast Geburtstag hat oder irgendein Jubiläum feiert, dann gratuliere ich ihm mit einem Ständchen, mit einem Lied und einem Glas Sekt. Labung spendet der edle Wein aus dem sonnigen Franken. Und an Leistungen kann der Gast selbst entscheiden, was er gerne haben möchte. Er muss es nicht bei der Buchung tun, sondern wie gesagt, Frühstück, Halbpension, vor Ort entscheiden und er bezahlt nur das, was er auch wirklich bekommen hat. Musik Musik